Der Bitcoin-Kurs steht knapp über 72.000 US-Dollar. Ihr seht hier neben mir trotzdem ein ruhiges Marktumfeld. Die Reaktion auf die Zahlen gestern von Unternehmen, aber auch wichtige Wirtschaftsdaten sind erstmal noch so ein bisschen in den Mägen der Investoren. Man muss aber klar sagen, Bitcoin hat einen krassen Run in dieser Woche hinter sich. Gigantische ETF-Zahlen, die wir uns gleich angucken. Genauso auch gigantische Summen, die Michael Saylor mit MicroStrategy in den nächsten drei Jahren noch in Bitcoin investieren will. Es gibt krasse Prognosen, es gibt einen überraschenden ETF-Antrag für eine Kryptowährung, wo es wahrscheinlich viele freuen wird. Und wichtige Erkenntnisse nochmal für das Thema Altcoin-Season und wann denn da der Switch kommt und was auch vielleicht teilweise schmerzliche Erkenntnisse noch sind. Das alles jetzt im Video zusammengefasst für euch und noch viel mehr. Deswegen würde ich sagen, zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Update. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben, der Indikator zeigt rot. Gerade vielleicht ein bisschen ungewohntes Bild mit den Kacheln. Aber wir gehen da jetzt mal rein und gucken mal ausnahmsweise auf TradingView. Quantified Crypto hat irgendwie wieder nicht geklappt. Aber das reicht ja erstmal, um zu sehen, dass der Markt insgesamt keine klare Bewegung gerade aufweist. Doge, noch einer der Gewinner mit 2%, aber alles gerade in stabiler Seitwärtslage. Das sehen wir auch deutlich, wenn wir dann uns das Chartbild anschauen. Erstmal das Positive. Am Montag nach dem Video ging es sowas von dermaßen bergauf. Hier haben wir die 70.000 weggefetzt. Anders kann man es nicht sagen. Das gleiche galt auch dann für die 72.000er Marke. Und in dem Momentum hat man fast sogar noch ein Allzeithoch markieren können. Daran sind wir dann aber abgeprallt. 200, 300 Dollar dahinter. Aber das ist schon sehr wichtig auch zu verstehen, dass dieses kleine Quäntchen schon noch ein ganz schön großer Step ist. Die gute Nachricht für Euro-Investoren. Allzeithoch haben wir schon gesehen. Glückwunsch an der Stelle, die durchgehalten haben. Also ein kleines Alltime-High können wir definitiv feiern. Die Frage jetzt natürlich. Schaffen wir es in dieser Woche noch oder nicht? Dafür sind jetzt die folgenden Daten wichtig. Ich werde in der Prognose, in meinem Ausblick gleich dazu noch mehr Preis geben. Erstmal noch wichtig, wir sehen es auch gerade aktuell andere Leute, die Analysen machen. Also andere Analysten, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Higher Highs, Higher Lows. Das ist das Bild von September jetzt bis Ende Oktober rein. Und da sagt mir doch noch einer, das war kein October. Ich würde sagen, Stand heute, 31. Oktober, wurde geliefert. Zwar kein Allzeithoch, das habe ich persönlich vor der Wahl auch gar nicht erwartet, dass wir jetzt so krass nah dran sind, aber auf jeden Fall mal überraschend. Viel wichtiger aber für mich, der Zoom-Out und vor allem auf die Wochen-Candles. Und da sehen wir, dass wir gerade an einer wichtigen Hürde sind, um die 72.000 US-Dollar-Marke, die alten Hochs, die hier markiert wurden, sollten wir bestenfalls hinter uns lassen und das Ganze hier als Support ausbilden. Das wäre auf jeden Fall ein bullisches, ein nachhaltigeres Signal. Vergesst aber bei all der Euphorie nicht, jede schlechte Nachricht, jede überraschend schlechte Nachricht kann das Ganze noch ins Wanken bringen. Jetzt gab es in dieser Woche aber auch überraschend oder deutlich schlechtere Nachrichten und trotzdem konnte Bitcoin so profitieren. Wir gucken gleich auf diese Zahlen drauf. Einer der Hauptgründe ist definitiv auch das Thema ETF. Ich habe in den letzten Videos ja auch erklärt, guckt da gerne nochmal rein, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Wann hat der ETF einen Price-Impact und was bedeutet das eigentlich und warum explodiert der Kurs nicht? Guckt ihr jetzt mal auf die Zahlen gestern, dann haben wir einfach mal 896 Millionen an Influss gesehen. Am Tag davor war es 827 Millionen. Zwei so starke Tage hintereinander gab es noch nie. Das Allzeithoch lag hier an den Inflows am 12.03. Da waren wir ja bei über einer Milliarde an Inflows. Insgesamt ähnelt diese Phase genau nämlich der März-Phase, der absoluten FOMO-Phase nach dem ETF-Start, wo das Ganze ein bisschen gesackt ist. Und guckt mal, wo wir kurstechnisch stehen. Genau auf dem Level jetzt. Und es fehlt eben wirklich nur noch ein Quäntchen, vielleicht nochmal so krasser Tag an ETFs und dann wäre es vielleicht schon geschafft. Also die Chancen diese Woche sind nicht ausgeschlossen. Aber denkt daran, nächste Woche kommt sowieso durch das Wahlthema auch nochmal extrem Volatilität dazu. Wo es weniger Volatil ist, ist der Ethereum ETF, der bleibt ferner liefen. Völlig uninteressant, irrelevant. Guckt euch das mal an. 4 Millionen im Vergleich zu fast 900 Millionen. Das ist nix. Irrelevant. Tot. So klar muss man es sagen. Und ich bleibe auch dabei, ich wiederhole mich da gerne, der Ethereum ETF ist weiterhin wichtig und relevant, ja. Aber es gibt kein Interesse, weil das Asset Bitcoin wesentlich wichtiger ist. Und ohne Allzeithochs, wirklich explosive, 80.000, 90.000 bei Bitcoin, sehe ich das Ganze auch beim Ethereum ETF nicht passieren. Keine FOMO aufkommen. Das gleiche gilt dann übrigens auch für einen Solana ETF. Den hatte ich gerade jetzt kurz angeteasert. Es ist Solana, Canary mal wieder, die etliche Anträge für Altcoin ETFs schon gestellt haben. Chancen sehe ich ehrlich gesagt nicht so gut. Aber sie sind übrigens nicht die Ersten. Vergessen viele, dass Van Eck schon Solana ETF-Antrag gemacht hat. Die Deadlines habe ich jetzt nicht auf dem Stirm. Aber auch in diesem Jahr sehe ich da eh nix passieren. Es wird sich auch noch einiges tun durch die US-Wahlen. Positionen werden neu besetzt. Und ich glaube im nächsten Jahr wird das dann aber ein Thema. Und Solana? Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was da so los ist auf der Chain, könnte durchaus interessant sein und bekommt eben immer mehr Aufmerksamkeiten. ETF könnte das auf jeden Fall weiter stabilisieren. Großes Interesse sehe ich stand jetzt aber nicht. Denn die Augen richten sich alle auf Bitcoin und das macht auch Michael Saylor. Ich habe es euch hingeschrieben in meinem Tweet. 42 Milliarden US-Dollar wollen sie, will MicroStrategy in den nächsten drei Jahren in Bitcoin investieren. Wieder durch Aufnahme von Krediten und andere Finanzierungsmöglichkeiten. Ich sage eins. Das ist der größte Hebel und der größte Trade aller Zeiten. Aber es gibt trotzdem Risiken, auch wenn das Fallrisiko nicht gigantisch unendlich ist. Es ist da. Und es kann auch bedeuten, dass alles zwangsliquidiert wird. Wäre ein Worst-Worst-Case, dann geht es uns wirklich auch schlecht. Und dann wäre bei Bitcoin irgendwas richtig krass schief gelaufen. Aber mit Blick aufs nächste Jahr, so viel kann ich ja auch schon mal mit in den Ring werfen. Ich bleibe auch bei meiner Meinung Ende Q1, Anfang Q2. Da könnt ihr schon nochmal rappeln im Karton. Ich glaube nicht, dass Michael Sater dann liquidiert wird, aber die Scherben definitiv aufsammeln wird. Ich bin gespannt, wo das Ende dieser Fahnschang ist. Es ist krass. Es wäre eine krasse Nachfrage. Und ich komme gleich, wie gesagt, auch nochmal zu Prognosen. Teilweise von Van Eck, da schlackern einem die Ohren. Kann man einfach mal mitnehmen, solche Statements. Genauso wie das hier von Jimmy Patronis, der CFO von Florida, der jetzt nochmal einen kleinen Hinweis gegeben hat an den Staatsfund. Also für Retirements, also der Rentenfonds für den Staat. Doch vielleicht mal zu überlegen, in Bitcoin zu investieren. Ist nicht die einzige Person, die darüber nachdenkt. Ich hatte Microsoft, das ist doch die Kurve bekommen. Microsoft hat ja auch Interesse. Und da finden die Abstimmungen übrigens jetzt schon statt. Trotzdem, Hauptversammlung ist am 10. Dezember. Erst dann werden alle Stimmen ausgezählt. Manche stimmen ja auch erst auf der Hauptversammlung ab. Ich wollte es euch nur mal sagen, ist ein wichtiger Hinweis. Hinweis. Genauso auch der Hinweis hier auf diese Aktion von Bitwavu Powered by Hive. Es gibt bis heute noch den Treuebonus. Wenn ihr also heute bis, weiß ich nicht, mehr als 100.000 Euro einzahlt. Ihr seht hier die Tabelle. Ich mache euch das mal groß. Dann könnt ihr einen schönen, fetten Bonus mitnehmen. Ihr seht hier die Stufen. Wenn ihr zum Beispiel 5.000 Euro einzahlt, das bis 1. Januar liegen lasst und im Monat November und Dezember mindestens 10 Euro handelt, dann kriegt ihr 250 Euro als Bonus. Dann im Januar gut geschrieben. Ist auf jeden Fall eine coole Aktion, um sich vielleicht ein bisschen was dazu zu verdienen, wenn man eh dort vielleicht aktiv staked, tradet oder sonst was macht. Und dazu kriegt ihr auch, wenn ihr neu bei Bitwavu seid, natürlich den Willkommensbonus. Link unten in der Beschreibung. Guckt es euch gerne an. Heute, wie gesagt, die letzte Chance für diese Aktion. Letzte Chance, nicht unbedingt für den S&P. Der hat noch ein paar Versuche, neu allzeit hochzumarkieren. Jetzt muss man aber sagen, mit den Zahlen, die wir gestern bekommen haben, weiß ich jetzt nicht, ob das reicht. Hier merkt man auch, kurzes Durchatmen. Übrigens bei Bitcoin grundsätzlich auch. Ein Blick auf den Chart. Das Aufholpotenzial, was ich in den letzten Wochen gezeigt hatte gegenüber Gold und dem S&P. Das holt Bitcoin sich gerade. In dieser Woche extrem stark. Der S&P weniger stark. Ich kann mir vorstellen, dass Behandelseröffnung vielleicht auch noch ein bisschen weiter runter geht, denn wir haben Daten bekommen. Gucken wir uns die mal ein bisschen an. Halbzeit haben wir hier, wie gesagt, wir haben die Jolls bekommen am Dienstag. Die waren überraschend schwach. 7,443 Millionen Job Openings. Das war weit unter den Erwartungen und nicht gut. Was bedeutet das denn letztlich? Das bedeutet, dass die Fed wieder sagen wird, Leute, ich habe es euch gesagt, der Arbeitsmarkt, da müssen wir jetzt extrem aufpassen. Die US-Wirtschaft destabilisiert sich. Da müssen wir reingrinden und vielleicht die Zinsen doch stärker senken. Ich werde nach den ganzen Zahlen der nächsten Woche nochmal die Chancen zeigen, denn neben der US-Wahl ist ja dann auch jetzt schon bald der nächste Zinsentscheid. Und wenn es 50 Basispunkte runter geht, ist das kurzfristig natürlich einerseits eine Warnung wieder. Oh, ist vielleicht doch nicht alles so geil. Kein Softlanding. I don't know, aber eben auch die Chance, dass dann eben Assets, die im Risikobereich sind und von Liquidität profitieren, dann mehr aufgesammelt werden. Und gerade dann, wenn wir mal auf Larry Fink wieder hören, digitales Gold, das trompetet der wirklich in jede Nachrichtensendung rein, wo er mit eingeladen ist, dann ist es vielleicht auch schon ein bisschen mehr als ein Risikoasset in Bitcoin zu investieren. So, ansonsten haben wir GDP-Daten. Die waren auch unter den Erwartungen in den USA. Da rundet so ein bisschen das Gefühl ab, dass wir hier eher Richtung Wirtschaftsabschwung uns bewegen. Wirtschaftsabschwung muss kein Chaos sein, muss nicht Rezession sein, aber kann nochmal rappeln. Und da gab es auch spannende Aussagen von Elon Musk, der grundsätzlich auch mal die Leute darauf angestimmt hat, dass nächstes Jahr schon vielleicht mal einen kleinen Shake-off ein bisschen ungemütlicher werden könnte, um dann wieder richtig aufzubauen. Das Narrativ, was ich ja schon hier wirklich seit Monaten predige, ich würde mich freuen, denn so ein finales so Luft rauslassen und wirklich mal so ein kleines Chaos, das Wirtschaftsabschwung, Rezession, das würde, glaube ich, allen Marktteilnehmern helfen, letztlich darauf wieder richtig gute Gewinne aufzubauen und vor allem nachhaltig und ein bisschen planbarer. So, was kriegen wir denn heute noch geliefert? Leider nicht jetzt in diesem Video, weil es erst am Nachmittag kommt. Das sind die PCI-Inflationsdaten in den USA und am Freitag die Non-Farm-Payrolls. Da gab es auch schon Prognosen, die waren überhaupt nicht gut. Soll es hier schlechte Daten geben, sieht das dann weiter ein bisschen schwieriger aus und könnte Druck bringen. Nicht das, was wir unbedingt für den Bitcoin brauchen, aber der bewegt sich teilweise jetzt auch ein bisschen losgelöster. Auch losgelöst war ja eine Zeit lang die Bank of Japan. Die hat zumindest mal, und das haben viele vergessen, jetzt in der Nacht entschieden, wir halten die Raten so, wie sie sind und ich zeige euch das aus einem guten Grund. Denn das Thema Carry Trade, das habe ich auch hier vor Monaten gesagt, als er dann kam im August, erinnert euch hier in den Chart, den werde ich gleich bestimmt nochmal zeigen. Hier, das Bild. Der Carry Trade ist nicht ausgestanden, Leute. Der ist meiner Meinung nach noch offen. Denn diese Chance, günstig in Japan sich Geld zu lernen, woanders anzulegen, die ist immer noch da. Die Zinsen sind dafür einfach noch zu attraktiv und die Marge zu gut. Und deswegen ist wichtig, dass die Bank of Japan die Füße still hält. Denn wenn die FED stark senkt und die anfangen steigen zu lassen, dann wird das Verhältnis Yen-Dollar so kritisch, dass der Carry Trade nochmal platzt. Und dann aber richtig, weil dann sind es nicht nur die Angsthasen, die jetzt rausspringen, sondern es sind alle, die rausgehen, wenn es sich wirklich nicht mehr lohnt. Ansonsten auch noch wichtig in Asien, was uns Hoffnung machen dürfte, die Geldspritze, die China weiterplant. Da wird das Geld so richtig rein. So. Jede Woche kommt eine neue Nachricht. Ja hier, Geldpaket hier, ach wir haben hier noch was gefunden. Und rein in die Märkte. Ja da könnte was kommen. 1,4 Billionen sind geplant als Stimuluspaket. Ich sag's euch, das ist noch nicht das Ende. Da wird noch mehr kommen. Und passt übrigens auch zu den Zyklen. China will sich damit aus dem Abschwung rauskämpfen, in dem Europa ja auch steckt. Und warum sollte es die USA nicht treffen, um mal nochmal das Thema Rezession abzurunden. Dann hab ich euch ja gesagt, für mich die wichtigsten Daten aber das hier. Nämlich die ganzen Quartalzahlen von Unternehmen. Und da wurde jetzt geliefert. AMD enttäuscht. Alphabet Google war so okay. Dann hatten wir Microsoft gestern. Wir hatten Meta gestern und Coinbase und Robinhood. Alle, also was heißt alle? Stimmt nicht. Microsoft Meta, gute Zahlen. Earnings Call bei Microsoft hab ich leider nicht mitbekommen. Vorbörslich, aber Microsoft im Minus. Ich glaub, der Ausblick war nicht ganz so geil. Vor allem das Cloud-Wachstum ist wohl ein bisschen nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft. Und bei Meta war's dann so okay. Insgesamt sind die Zahlen, die jetzt die ganze Woche kamen, gemischt. Es gab wirklich positive Überraschungen. Es gab nicht so tolle Zahlen. Die Erwartung teilweise zu hoch angesetzt, teilweise zu niedrig. Man ist gerade so in der Findungsphase. Ja, wo geht's denn wirklich auch mit den Unternehmen hin? Und es bröckelt ein wenig die Fassade, sag ich mal. Trotzdem solide, gut. Auch keine Panic. Deswegen ist auch nicht der S&P jetzt im Freiflug nach unten. Sondern es ist erstmal solide. Die Aussichten sind okay. Aber auch nicht atemberaubend. Für die 6000 Punkte beim S&P hätte man meiner Meinung nach ein bisschen mehr gebraucht. Aber das muss der Markt auch erstmal verarbeiten. Kann er auch schaffen. Und es gibt ja auch noch Amazon und Apple, die jetzt morgen liefern werden nach dem Closing. Es kommt auch noch Nvidia ein paar Wochen später. Das wird auf jeden Fall nochmal interessant. Ihr kriegt morgen nochmal von mir ein frisches Update auf meinem Finanzkanal. Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Arbeitsmarktdaten abwarten werde oder nicht. Ist ja auch Feiertag. Ich arbeite trotzdem. Aber gerne dort vorbeischauen. Ich habe immer noch das große Ziel 20.000 Follower. Ich zähle 16.600. Wird schwer. Bis zum Ende des Jahres. Vielleicht schaffen wir es mit eurer Unterstützung. Und übrigens gerne hier auch auf dem Kanal liken, interagieren, kommentieren. Ich habe gehört, mehr als sieben Worte sollen helfen. Und seit ihr das macht, funktioniert es. Es ist für mich ein Meme geworden. Aber danke, dass ihr das macht. Jedes Wort zählt. Und wenn ihr nochmal ein bisschen extra eine Schippe drauflegen wollt, könnt ihr gerne auch bei Trustpilot uns bewerten. Da gibt es auch negative Bewertungen, was für mich auch völlig fein ist. Gebt doch einfach eure Meinung ab. Ich würde mich freuen, wenn sie natürlich positiv ist. Das hilft uns enorm. Auch das werde ich mal unten verlinken. Für die, die sich einen Extrastern verdienen wollen. Fleißkärtchen. Ansonsten alles Wichtige auf bitcoin-to-go.de. Checkt unsere Analysen. Und wir haben jetzt ganz frisch neu für euch, neben unseren Analysen, auch einen Trading-to-go-Newsletter. Wir haben ja verschiedene Newsletter-Formate, wo wir das Marktgeschehen zusammenfassen, Altcoins speziell auch analysieren, Trending-Coins aufzeigen. Und jetzt auch einen aktiven Trading-Newsletter mit Trading-Szenarien und Möglichkeiten. Also Setups, wo ihr euch wirklich mal ein bisschen vielleicht auch ausprobieren könnt. Abonniert es gerne. Guckt da auf die Website. Dann verpasst ihr nichts. Ich würde mich freuen. Da werden wir noch ein bisschen mehr machen. Der 4. Guit-Index ansonsten bei 77 im gierigen Bereich. Und Wunder, oh Wunder. Das Interesse kommt zurück. Ihr seht es hier zackhaft über mir. Dieses kleine Fähnchen nach oben. Ja, warum steigt das denn so? Warum ist das Interesse auf einmal da? Ja, weil wir ein Allzeithoch im Blick haben. Genau das, was ich ja gesagt habe. Und genau das Abziehbild vom letzten Jahr. Und im besten Fall läuft es genau so, dass wir dann zum Jahresende hin in die Hochs reinlaufen. Für Suchanfragen, für Kurse. Und uns alle freuen, dass wir bei dieser Reise dabei sind. Ansonsten die Bitcoin-Dominanz bei 60%. Und das Thema Freude werde ich gleich noch ein bisschen relativieren müssen. Bitcoin-Investoren werden sich freuen. Und die Dominanz seit Jahresbeginn 16-17% hoch. Brutal. Auf Kosten dieser Freunde hier. Die Altcoins und die Seasen. Was eine lange Phase, in der man jetzt hier in diesem niedrigen Niveau ist. In der Altcoins nicht nachhaltig stark performen und outperformen können. Es gibt die ganze Zeit, während der letzten 6, 7, 8 Monate, immer wieder Outperformer. Aber nur in diesen kleinen, kurzen Zeitfenstern. Das A in Altcoins steht für aktives Handeln. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Guckt meine Videos auf meinem Kanal. Dann lernt ihr, wie man mit Altcoins nicht all sein Geld verliert. Und wirklich vielleicht ein bisschen was reißen kann. Wichtig jetzt für die Bitcoin-Dominanz. Das sieht auch dein Crypto-Trade so. Solange wenn ich unter die 57% rutsche. Mal wirklich so einen Spike nach unten nehmen. Seht ihr da auch keine Altcoin-Performance. Es zieht sich wie in einer Linie hoch. Wirklich die Dominanz. Und ich sehe sie auch noch höher gehen, weil erst mal Bitcoin richtig auftanken muss, bevor überhaupt was abfällt für den Rest der Coins, die wir uns jetzt dann mal anschauen. Und was soll ich sagen? Trending ist natürlich Pampfun, Solana und Terminal of Truth. Also die AI-Memes, die jetzt gerade eine ganze Zeit lang Trending waren. Goat sagt euch vielleicht was. Goatseus, Maximus. Wir haben Mockcoin, ein Meme-Coin als einer der Gewinner. Python, ein bisschen Maker. Kasper, aber nichts Deutliches. Auf der Verliererseite haben wir Celestia. Sehen wir gleich auch warum. Athena muss ein bisschen Fehler lassen, wenn auch Tokenisierung weiter ein großes Thema ist. RWA, auch hier Larry Fink wieder großes Interview gemacht. Ist ein heißes Thema. Let's go. Und sonst, ja, bisschen Luft raus aus dem Top 100. Trending ist und bleibt einfach das Thema Memes. Auch hier sehr, sehr kurzweilig. Und ich hatte gerade gesagt, Celestia will ich noch aufklären. Guckt euch die Unlocks an, beziehungsweise macht das jetzt doch nochmal größer. Dann seht ihr es besser. Tier, heute, buff, fetter Unlock. Und zwar richtig fett. 79,4% des Market Caps. Das knallt rein. Das wird Spuren hinterlassen. Genauso auch Sui. Haben wir dann nächste Woche noch einen Unlock von ungefähr 3% der aktuellen Marktkapitalisierung. Und das, liebe Leute, zeigt jetzt hier ein paar. Portal zum Beispiel, 15%. Das ist total wichtig zu verstehen, warum Altcoins in dieser Phase, wo Bitcoin so dominiert, einfach niedergebrannt werden. Die Coins sind voll mit VC-Investoren, die in den frühen Phasen im Seed, also vor Token Generation, investiert haben. Und jetzt auf Billingpreisen immer noch sitzen. Die warten auf diese Unlocks. Und die werden die Coins nehmen, euch ums Gesicht knallen und hoffen, irgendjemand kauft es. Denn so funktioniert es. Angebot und Nachfrage. Altcoins haben vor allem oder profitieren vor allem von Hype, von Narrativ und nicht von dem, was sie wirklich machen. Denn, sag ich mal, diese Bodenstände-Technologie versteht ja keiner. Wie sollen Simple Man, Retail Investor denn überhaupt was verstehen und entscheiden können? Deswegen funktionieren auch Memes. Einfache Entscheidungen. Lustig oder nicht? Geil machen oder nicht? Und nicht 20 Seiten White Paper lesen. Und jetzt wird es auch nochmal ein bisschen brutal. Und versteht mich nicht falsch. Ich bin nach wie vor der Meinung, mit Altcoins kann man gutes Geld auch machen. Wenn man aber die Birne einschaltet, aktiv handelt und auch nicht denkt, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall ein Jahr halten, damit ich steuerfreie Gewinne mache. Gewinne realisieren, mitnehmen. Klare, harte Linien für sich fahren. Denn es ist aktives Trading. Es ist kein Investieren, Sparplan und Gute Nacht. Das funktioniert nur mit ganz wenigen und ganz glücklich bei den Coins. Gucken wir mal kurz die Allzeithochs. Wie weit wir entfernt sind und wie weit es jetzt noch ist bei Bitcoin. Ich mache nochmal kurz einen Refresh, damit wir es fresh reinbekommen. 1,9% nur noch bis zum Allzeithoch. Das war übrigens bei 73.737. Das ist nichts mehr. Ethereum hingegen 45% noch davon entfernt. Und das heißt nicht 45% steigen. Das ist hier der Verlust. Das heißt, es muss sich verdoppeln. 100% Steigerung, um das hier wieder reinzuholen. Und so geht es dann auch weiter runter. BNB 18% da weg. 32% Solana, obwohl die dieses Jahr sehr, sehr stark sind. Und XRP 85%. Und erkennt ihr ein Muster? Je älter der Coin, ich hatte es im letzten Video ja auch, alte Helden, desto weiter sind die auch weg von ihrem Allzeithoch. Das gleiche geht auch für Doge. Memes sind hyped, aber keine Prime-Memes. Klar wird der dann mitlaufen noch. Aber diese alten Hypes, da gab es halt nur Doge und so. Jetzt gibt es halt Millionen-Memes. Warum soll ich dann Doge nehmen, die schon so eine hohe Marktbewertung haben? Die werden mitlaufen. Die werden meiner Meinung nach nicht outperformen. Gleiches gilt für Cardano, für Shiba, für Avalanche, für Chainlink. Auch teilweise eben auch Polkadot 92% entfernt. Und ihr seht es, wenn ihr durchscrollt. Ihr habt eigentlich bis auf die Stablecoins fast nichts aus dem Top 100, was ansatzweise nah an seinem Allzeithoch dran ist. Was lässt euch das erkennen? Es lässt vor allem erkennen, dass die Coins, die sich schon etabliert haben, einfach ab einem gewissen Punkt nicht mehr so ein krasses Potenzial haben. In Phasen auf jeden Fall. Guckt euch Telegram an, den Toncoin. Der hat eine ganze Phase richtig stark performt. Das gleiche gilt für Solana in diesem Jahr. Aber irgendwann sind dann die Peaks erreicht. Es gibt eben Coins auch mit Ausnahmen, auf jeden Fall. Aber je höher die wandern, desto weniger eben vielleicht auch die Lust von Kleinanlegern zu sagen, ich riskiere es jetzt. Da ist noch richtig Luft nach oben. Weil die ist dann vielleicht einfach nicht mehr da. Die ist nur dadurch begrenzt, was Bitcoin oben als Benchmark setzt. Wenn Bitcoin steigt, laufen die mit. Aber mehr als mitlaufen, ist da einfach gerade nicht drin. Es wird noch ein Hype kommen, meiner Meinung nach. Aber der wird nicht angefacht. Zum Beispiel durch Leute wie MrBeast. Es gab die News jetzt von Look on Chain, Look on Chain, dass MrBeast angeblich seine Follower, sich an seinen Followern bereichert hat, indem er Coins promotet hat. Ich schließe mich der Spekulation nicht an, weil ich sie nicht beweisen kann. Nehmt das Thema aber auf, weil ich euch zeigen will, was die Coins wirklich pumpt. Geschichten, AI, Memes oder eben Influencer, die euch erzählen, was für ein geiles Potenzial ein Coin denn hat. Und dann kauft ihr deswegen. Das ist ein Problem, meiner Meinung nach. Und auch deswegen gebe ich euch hier auch keine Empfehlung. Kauft dies, tut das. Ich will euch zum Selberdenken anregen, zum Selbstentscheider machen. Denn das seid ihr letztlich. Ihr seid mit der Investition erst dann gut, wenn ihr in den Spiegel gucken könnt, jeden Morgen entspannt aufwachen könnt, ohne Angst, irgendwie mal euer Geld zu haben. Weil dann seid ihr entweder überinvestiert, habt keine Ahnung, was ihr tut, oder sonstige Probleme. Und deswegen Kopf anschalten. Und selbst wenn ich hier irgendwie einen Coin mal reinnehme und irgendwie in den News berichte, heißt das nicht, ich finde den super, ich empfehle den, kauft den, macht das. Sondern versucht vielleicht ein Narrativ aufzuzeigen, was gerade funktioniert. An einem Beispiel. Aber seid da wirklich vorsichtig. Denn das hier, ob MrBeast das gemacht hat oder nicht, ist mir egal. Beziehungsweise mir nicht egal. Das machen ganz viele andere. Und das ist ein richtiges Problem in diesem Space. Kommen wir von den Problemen zu den schönen Dingen im Leben. Der Bitcoin-Chart, der uns ja fast ein Allzeithoch beschert hat. Und mein Ausblick. Die Hoffnung darauf, dass wir nochmal einen Run sehen. Sind die Zahlen jetzt in den nächsten Tagen gut? Habe ich ein gutes Gefühl, dass wir es schaffen können. Mittlerweile bin ich aber auch der Meinung, dass Bitcoin gerade so ein bisschen sein eigenes Spiel macht. Gerade dieser Anstieg jetzt hier in dieser Woche, die starken ETF-Daten. Da kann auch wirklich sogar eine Trotzreaktion kommen, wo man sich vielleicht sagt, Ja, ganz ehrlich, digitales Gold. Ich glaube jetzt auch dem Larry Fink, wenn sich hier ein bisschen was Schlechtes anbahnt, nehmen wir doch Bitcoin. Passt. Da ist eh noch Potenzial. Kurz vor dem Allzeithoch. Ich steige noch rein. Ich glaube, es wird schwer diese Woche mit dem Allzeithoch. Lass mich wahrscheinlich Lügen strafen, wenn wir morgen eins sehen. Werde ich natürlich trotzdem drüber berichten. Aber eine Erholungsphase hier auf diesem Niveau, über den 72.000, wäre positiv. Wenn wir die halten auf Wochenbasis, wäre auch positiv. Und genug Kraft in der nächsten Woche, dann nochmal vor der Wahl vielleicht einen Schwung, zu versuchen. Die Wahl wird eh hohe Volatilität mit sich bringen. Es ist auf keinen Fall ausgeschlossen, dass wir auch nochmal in die Ranges hier unten rein tauchen. Es steht und fällt wirklich jetzt mit der Wahl und vielen Themen, die wir nicht beeinflussen können. Trotzdem, für mich ist das Momentum da und die Kraft, hier durchaus noch einen Versuch zu starten. Und wenn wir dann mit einem Squeeze hier durchbrechen, dann sind wir in der Preisfindungsphase und dann ist auch mehr denkbar. Wenn wir mal Bitcoin Archive nehmen, ich hatte euch die Carp Handle ja sowieso schon mal gezeigt, gab es auch schon bei anderen, nämlich beim S&P, bei Gold und ich hatte euch mal so einen Chart gezeigt. Jetzt sind wir in dieser Breakout Area und wenn wir eben wirklich einen Breakout schaffen, nachhaltig, dann kommt der Price Discovery und dann ist nach oben hin. Einiges denkbar. Wenn wir uns die Fibonacci-Level mal angucken auf dem Drei-Tages-Chart, sehen wir das auch von den Crypto-Trades, der das hier bestätigt. Ab hier, ab dem Hoch beginnt genau diese Phase und dann ist einfach viel denkbar und möglich und das ist das Schöne an Allzeithochs. Danach ist einfach keine Marke mehr, die man wegreißen muss, sondern der Himmel, der Weg nach oben hin ist frei. Trotzdem, es gibt Risiken, wenn auch Van Eck hier eine super Prognose nochmal macht und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten, wenn ich sie schon erwähnt habe, bis 2050, also in den nächsten 26 Jahren, sieht Van Eck Bitcoin als Global Reserve und mit einem Wert von 3 Millionen US-Dollar. Lasst das mal sinken, nehmt das mal mit ins Wochenende, wäre 16% durchschnittliches Wachstum in den nächsten 26 Jahren. Wenn dem so ist, have fun. Ich würde diese Reise sehr begrüßen, ist über den 7% Durchschnitt vom Aktienmarkt, die auch schon hoch angesetzt sind und wäre ein krasser Zinseszinseffekt. Grundsätzlich, was passiert jetzt die nächsten Wochen? Wir sind kurz vor dem Renewed Optimism hier. Ich hatte diesen Chart ja mal nach dem Carry Trade geteilt und bleibe auch warnend, Carry Trade ist nicht over, Freunde. Rezession ist nicht over, Freunde. Es bleiben Risiken hier, Ende Q1, Anfang Q2, vielleicht so der Horizont, den ich für mich persönlich anpeile und angepeilt habe schon länger. Kommen wir in den Renewed Optimism, sind wir in der Preiswirkungsphase und dann kann es schnell explosiv in die FOMO gehen. Die FOMO spüre ich tatsächlich schon auf ETF-Seite, wo auch viele mehr Retailer als Institutionelle kaufen, vergesst es nicht und eben den Markt dadurch auch ein bisschen verändern. Kann ich auch gerne noch mal ein paar Sätzchen zugeben, wenn ihr es wollt, schreibt einen Kommentar. Und dann den Peak mit dem Hoch, hoffentlich deutlich über den 100.000. Sehe ich es noch in diesem Jahr schwierig. Steht und fällt mit der US-Wahl und den Wellen, die darauf folgen, genauso auch den Zinsentscheidungen, Wirtschaftsdaten, aber es ist möglich. Vergesst nicht, Preisfindungsphase, anderer Blick vielleicht mittlerweile auch auf Bitcoin als Asset. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schreibt mir gerne eure Kommentare unten rein. Genießt jetzt erstmal langes Wochenende. Liken, interagieren, kommentieren mit mehr als sieben Worten. Hilft total. Ich freue mich. Es ist gerade mega spannend. Ich werde euch weiter regelmäßig Updates liefern, spätestens dann am Montag wieder. Ich würde sagen, macht's gut. Bis dahin und ciao.